Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse auf dem Aktien-WG-Kanal. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir eine Aktienanalyse gebracht haben wegen unserer Prüfungsphase, aber wir wollen jetzt natürlich auch wieder regelmäßig Content bringen und das soll jetzt auch wieder anfangen, sagen wir mal so. Und wir haben zwar noch ein paar vereinzelte Prüfungen, aber das sollte jetzt auf jeden Fall wieder zur Normalität zurückkehren. Ja, wir fangen auch heute mal direkt mit einer neuen Aktienanalyse an zu NanoRepro, das ist ein deutsches Unternehmen, aber dazu gleich mal mehr. Okay, wir werden uns erstmal in der Gliederung ansehen, über was wir heute so reden und zwar erstmal eine Übersicht, danach gibt es wie immer die Zahlen und eine kleine Chartanalyse zum Unternehmen, danach reden wir noch kurz über die Produkte des Unternehmens, zu aktuellen News und dann zum Ende hin nochmal ein Fazit. Ja, dann fangen wir auch direkt mal an mit der Übersicht des Unternehmens und zwar wurde es gegründet 2006 als GmbH, wurde dann 2007 zu einer AG gemacht und wurde 2008 an der Börse notiert. Und beim Unternehmen NanoRepro handelt es sich um den Verkauf von Selbstdiagnostika, das bedeutet Selbsttests für den häuslichen und klinischen Gebrauch, das heißt Tests für häuslichen Gebrauch von Privatpersonen und auch Tests, die beispielsweise Apotheker ausgeben können oder die in Testzentren von professionellen Testern gemacht werden können. Ja, schauen wir uns erstmal die Zahlen an und die sind ziemlich interessant, das Unternehmen ist nämlich nur 190 Millionen Euro wert, was ja schon nicht sonderlich viel ist. Der Umsatz ist zwar enorm, also extrem gering mit 1,22 Millionen Euro, aber das ist im Jahr 2019, das soll sich ja jetzt rapide geändert haben und dazu kommen wir auch noch gleich. Der Gewinn 2019 war noch im Negativen, das bedeutet es gab einen Verlust von 1,19 Millionen Euro und wir schauen uns jetzt auch nochmal ein größeres Timeframe der Zahlen an. Hier kann man erstmal den Umsatz sehen, der Umsatzchart ist hier ja eigentlich stetig gestiegen bis zum Jahr 2019, da gab es einen kleinen Rückfall und im Jahr 2020 haben wir schon fast so viel Umsatz gemacht wie im Jahr 2018, aber nur in den ersten beiden Quartalen. Das wurde zum Ende hin nochmal deutlich stärker, es gibt dort auch Prognosen auf bestimmten Seiten, die munkeln um bestimmte Zahlen, um sehr, sehr starke Zahlen, aber ich habe da jetzt erstmal nur das genommen, was Nano Repro selbst auf ihrer Seite rausgebracht hat, weil ich fand, das ist einfach natürlich eine valide Info und am besten und ich will nicht irgendwelche Vorhersagungen oder Prognosen von irgendwelchen Finanzseiten nehmen, sondern nur die Zahlen, die das Unternehmen wirklich veröffentlicht hat. Ja, zum Gewinn hier können wir auch ganz klar erkennen, dass das Unternehmen im Jahr 2020 Q1 bis 2 bis jetzt so 320 Millionen Umsatz gemacht hat, Gewinn, Entschuldigung, und dieser Gewinn ist natürlich das erste Mal positiv, das heißt, das ist das erste Mal kein Verlust, was schon ziemlich interessant ist, weil die Firma da jetzt natürlich mit den Selbsttests von Corona-Tests, zu denen wir aber gleich kommen, natürlich enormen Umsatz und auch Gewinn machen konnte und das würde ich sagen, ist dann schon ziemlich interessant, auch für das gesamte Unternehmen, das heißt, man muss hier natürlich schauen, sie haben geringen Umsatz, sie haben geringen Gewinn, aber sie haben Gewinn und sie haben eine Marktkapitalisierung von nur 190 Millionen Euro, das würde ich sagen, spricht schon mal für sich. Ja, dann schauen wir uns auch mal direkt den Chart des Unternehmens an und da ist schon gleich etwas zu erkennen und zwar, dass es natürlich hier, wie bei den meisten Corona-Profiteuren bzw. beispielsweise den meisten Biontech-Unternehmen, im März 2020, wo es bei einigen bzw. eigentlich fast allen Firmen eine Talfahrt gab und bei den Leitindizes auch, hier natürlich einen enormen Pump gab von, ja, man kann schon gerade sehen, das war schon sehr, sehr viel, also hier, ja, 300, fast 400 Prozent, wenn man bis zum Peak geht, sogar über 500 Prozent und das ist natürlich schon ziemlich stark, ist aber natürlich auch zu erwarten von einem Unternehmen, was Tests herstellt, dann eine Prognose darauf, dass sie natürlich Corona-Tests machen, was dann auch später oder, ja, man kann sagen, kurz daraufhin folgte und da gab es hier, wie man auch sieht, schon wieder einen Kurs-Einbruch, da ist die Aktie dann nochmal auf einen Euro gefallen, ist dann hier etwas, ja, etwas seitwärts gemoved, hat sich dann aber hier wieder gefangen im September, da gab es nämlich eine News, dass sie nämlich ihren Antigen-Test jetzt bestätigen und dann ist der Kurs auch wieder rasant nach oben gegangen, ich habe hier mal ein Pattern eingezeichnet, ich denke nicht, dass das Pattern aufgrund der Chart-Technik ausgebrochen ist, macht ja auch recht wenig Sinn bei Aktien, sage ich jetzt mal, es passt hier natürlich gerade, aber das liegt nur zufällig daran, dass wir hier halt einen Abtrend haben, wie bei den meisten Unternehmen und dass wir hier einen horizontalen Support haben, der hier halt einmal hier vorne und öfter hier hinten angetestet wurde, das bedeutet, verlasst euch hier nicht auf die Chart-Technische Analyse quasi von dem Pattern, sondern eher darauf, was beispielsweise an News rauskommt, gerade bei so kleinen Unternehmen ist das ja noch eher sehr spekulativ, wie dann die Kurs, wie der Kurs sich verhält und wie dort die Kursentwicklung ist, das bedeutet, hier ist das auf jeden Fall wegen News passiert und wir hatten jetzt auch, wie man hier sieht, das ist jetzt der Tageschart, in den letzten Tagen beziehungsweise Wochen nochmal eine enorm stärkere Kursbewegung, hier aus diesem, ich sage jetzt mal, Pattern raus und zwar auch nochmal 450% und das in einer nicht so langen Zeit und zwar kann man sagen, hier ab der Candle bis zur letzten, ja, 39 Tage, das bedeutet ungefähr im letzten Monat 450% Kursgewinn ist natürlich schon sehr, sehr stark. Dann machen wir auch mal direkt weiter mit den Produkten der Firma und zwar bieten sie, wie schon gesagt, Schnelltests zur Eigenanwendung an, diese verkaufen sie B2B oder B2C, das bedeutet, sie verkaufen sie an andere Firmen, beispielsweise Supermarktketten oder Drogeriemärkte oder so etwas ähnliches, aber sie verkaufen es auch direkt an Kunden und da gibt es einmal Tests zum Selbsttesten von Allergien, da in Bezug auf Milchallergie, dann noch Katzenhaarallergie, Gräserpollenallergie und Staubmilbenallergie, das sind ja so recht übliche Allergien, die einige Menschen haben, dann gibt es Tests zur Familienplanung, das heißt da einmal hingehend der Spermienkonzentration, des Eisprungs und der Schwangerschaft wirklich, also Schwangerschaftstests bieten sie auch an und dann die meisten Tests haben sie im Bereich Gesundheitsprävention und da geht es in alle Richtungen, also da gibt es Glutentests, Glutentests, da gibt es aber auch Drogentests für verschiedene Drogen, für Alkohol, also wirklich alles mögliche und dann haben sie natürlich auch noch den Corona-Test, dazu kommen wir aber nochmal gleich und insgesamt haben sie ein Portfolio von 25 Schnelltests, ich möchte da jetzt nicht jeden Test erwähnen, aber 25 Schnelltests für verschiedene Dinge, soll ja schon sagen oder kann ja schon ziemlich ausdrücken, dass sie da wirklich ein recht breit gefächertes Testspektrum haben, was schon einigermaßen interessant ist, gerade in Bezug natürlich auf den einen Test, beziehungsweise die zwei Tests und zwar die Corona-Tests. Zu den Corona-Tests kann man sagen, sie haben einmal einen Antikörpertest für B2B, das bedeutet, den sie an andere Businesses, also an andere Unternehmen verkaufen, dann haben sie einen Antikörpertest als Hometest für Kunden und einen Antigentest als Hometest. Was man zum Antikörpertest für zu Hause sagen muss, dieser hat bis jetzt noch keine Zulassung, denn es ist nicht erlaubt, dass Laien sich selbst zu Hause testen, also Apothekerpersonal oder Leute von Testzentren dürfen diese Tests nicht ausgeben an Laien, die diese zu Hause machen, auch um quasi vorzusagen, dass diese durch ein negatives Testergebnis nicht unvorsichtig werden oder sowas. Also da muss man sagen, ist die Regierung dann schon vorsichtiger oder die jeweiligen Unternehmen, also das ist ihnen untersagt. Und der Antigentest für zu Hause wurde jetzt letztens zugelassen und das ist dann natürlich sehr interessant, da ist nämlich die notwendige Gesetzesänderung vor ein paar Tagen bzw. vor ein paar Wochen erfolgt. Dann können wir übergehen zu den aktuellen News, die sich natürlich auf diesen Antigen-Schnelltest beziehen und das ist natürlich ziemlich interessant für die Zahlen von unserem Unternehmen, denn man sieht hier schon direkt, wie ihr lesen könnt, Vertrag über Antigen-Schnelltest mit Viromet über 200 Millionen Euro und das ist natürlich schon enorm, denn sie haben mit Viromet einen Vertrag über 30 Millionen Schnelltests geschlossen mit Optionen zu weiteren 100 Millionen Schnelltests und das ist natürlich schon eine enorme Menge für ein so kleines Unternehmen mit gerade mal 190 Millionen Marktkapitalisierung. Finde ich persönlich sehr interessant und wird die Zahlen bis zum Ende 2020 auch nochmal enorm in die Höhe schießen lassen, also den Umsatz und den Gewinn. Und wie man auch schon hier sehen kann, die Gewinnmarge bei Schnelltests kann bis zu 70% betragen, das heißt, wenn sie dort ordentlich was verkaufen, werden sie da mit extremen Gewinn rausgehen, was natürlich für den Kurs schon ziemlich stark ist. Wir haben es ja eben in der Chartanalyse gesehen, wir befinden uns momentan bei etwa 15 Euro, waren aber schon über 20 Euro und jetzt sind auch Kursziele von 30 Euro erwartet, wenn dann die Zahlen des zweiten Halbjahres von 2020 rauskommen, die ja dann noch interessanter sein werden als die vom ersten Halbjahr 2020, die ja auch schon sehr interessant waren in Bezug auf keinen Verlust, Gewinn, auch ganz guter Umsatz, also fast der beste Umsatz bis jetzt und das ja auch nur für ein Halbjahr, muss man sagen. Ja, und die einzige Bedingung für den Deal, den sie geschlossen haben mit Virumet, war, dass es zugelassen wird durch die BFARM. Die BFARM ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ist eigentlich ganz einfach, da finde ich die Abkürzung fast noch etwas schwieriger und genau das war die Bedingung und diese Zulassung erfolgte vor zwei, drei Tagen, das sind natürlich die neuesten News zum Unternehmen und diese sind, wie gesagt, ziemlich interessant, gerade im Hingehen wirklich dann auf die Testverkäufe, die sie hier machen, weil das schon ein enormer Vertrag ist im Gegensatz zu den anderen Verkaufszahlen. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen auch mal direkt zum Fazit des Unternehmens und da habe ich einmal aufgelistet, sehr gute Gewinn- und Umsatzentwicklung. Zwar liegt das quasi gerade daran, also an 2020 muss man natürlich sagen, sie haben jetzt das erste Mal Gewinn gemacht, sie haben super Umsatz auch im ersten Halbjahr gemacht, das wird sicher im ganzen Jahr 2020 dann nochmal enorm besser ausfallen. Das ist natürlich schon ziemlich interessant, gerade im Hinblick auch, dass die Aktien nur, beziehungsweise das Unternehmen nur mit so niedriger Marktkapitalisierung bewertet ist, ist das natürlich eine Einstiegsmöglichkeit für Investoren, hier sehr, sehr gut. Niedrige Bewertungen dann damit einhergehend, natürlich eben schon gesagt und ein gutes Geschäftsmodell, sie haben nämlich die Tests, sie sind ziemlich breit gefächert, für alle möglichen Arten von Tests, die sie anbieten, ist wirklich auch gut und da gibt es auch einen guten Anwendungsbereich, also da sind sie schon sehr, sehr gut aufgefächert und sehr gut vertreten. Auch muss man natürlich sagen, dass Tests nicht besonders teuer sind, das heißt, so ein Test ist was, was man eher im Supermarkt dann vielleicht mal mitnimmt, gerade auf den Corona-Test bezogen, wenn man jetzt diese Tests nimmt, die es dann vielleicht im Supermarkt gibt oder in Drogeriemärkten, man nimmt sich da mal 5 bis 10 Stück mit, das ist nichts Teures, das lässt sich schnell verkaufen halt und dahingehend denke ich, dass es schon ein sehr gutes Geschäftsmodell ist. Als Fazit Contra habe ich hier einfach mal, Erfolg nach Corona steht aus, das ist natürlich klar, weil sie machen jetzt mit dem Corona-Test natürlich enorm viel Geld, was dann wirklich nach Corona ist, wenn keiner mehr Corona-Tests braucht oder zumindest nur noch einen Bruchteil der Menschen, ist dann natürlich die Frage, inwieweit das Unternehmen dann immer noch solche starken Zahlen präsentieren kann und wie das dann weitergeht mit ihren Verkäufen, auch in Bezug auf die anderen Tests natürlich und natürlich, dass Tests keine Medizin sind und das würde ich sagen, ist auch ein sehr wichtiger Punkt und zwar Tests sind halt nur Tests, das bedeutet, die Leute können sich testen lassen, aber es ist ja keine Heilung gegen irgendeine Krankheit, das bedeutet beispielsweise jemand, der weiß, dass er eine Allergie hat oder eine Katzenhaarallergie, der wird nicht oft Katzenhaarallergie-Tests benutzen, sage ich jetzt mal so, der weiß das einfach und der weiß, der muss sich dann wahrscheinlich von Katzen fernhalten, aber der wird nicht dauerhaft so einen Test benutzen, solche Tests von, wie bei Corona, ist es dann schon eher wichtig, wo dann jeder immer mal einen Test braucht, beispielsweise, wenn man sich mal mit einer Person einer höheren Risikostufe trifft und man dann einen Test lieber macht, beispielsweise mit Angehörigen, Großeltern oder sowas, dann braucht man ja schon deutlich mehr Corona-Tests momentan, aber wenn Corona dann vorbei ist und man wirklich kaum bis keine Tests mehr benötigt, ist es halt die Frage, inwieweit die anderen Tests von ihnen noch so erfolgreich sind, wie der Corona-Test jetzt wirklich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein gutes Bild von der Firma übermitteln, falls es euch wie immer gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonema da, ansonsten schaut auch gerne auf unserem Kanal vorbei, wir laden Daily-Videos hoch zu Börsen-News und wir laden auch zwei Aktienanalysen die Woche hoch, beziehungsweise versuchen es momentan zumindest wieder und wir haben auch einen Krypto-Kanal, falls ihr euch für Bitcoin und Ethereum und andere Kryptowährungen interessiert, schaltet auf jeden Fall mal da ein, schaut da mal vorbei und ja, wir freuen uns, euch entertainen zu können, dann würde ich sagen, das war es von dem Video, bis dann, ciao. Ciao. Das war's.